Moin Moin und Willkommen zurück zu Anomaly Wars on Earth. So, Mission 6 wartet auf uns. Spittel vor Bagdad. Wir sind fast beim Kern, wo die Fragmente des Alien-Schiffs sich befinden. Es sieht aus wie der letzte Kampf der gegnerischen Streitkräfte. Also erwarten wir einen großen Widerstand. On-the-fly Übersetzung, immer wieder schön. Ui. Ich habe eine Anomalyse, Herr. Es sieht aus, dass es ein Hunk der Krasse auf der F4 innen gibt. Das Ding sieht anders aus. General, das Schiff muss die Anomalyse Energie-Source sein. Es ist was powering die Dome. Vielleicht so, Professor. Aber wir müssen mit dem Schiffen weitergehen. Erst, wir müssen die Maschinen runtergehen. Es sieht aus, dass das letzte Stand sein wird. So, sie werden nicht leichter gehen. Wir müssen diese E.T.s aus, Commission. 14, wir müssen die Brücke über die Tigris-Spanning die Tigris-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning. Die Behemoth-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning-Spanning- So, immerhin. Wichtigstes Setup. Am Scorcher vorbei. Wir wollen möglichst viel Geld mitnehmen. Das sieht gefährlich aus. Da will ich hier so eigentlich gar nicht drauf fahren. Nur so rum. Okay, fünf Minuten. Das klappt so nicht. Wir müssen schneller hin. Den BMOge und so weiter, das kann ich gerne. Okay, ich habe Smokescreen. Damit kann man sich das einmal leisten. Wir lassen drei liegen. Können wahrscheinlich jetzt aber nicht so rum und das alles mitnehmen, oder? Nein. Noch mal drauf zu fahren. Gefällt mir ja gar nicht. Hm, das Setup auf dieser Seite gefällt mir sehr gut. Schnell als so kann man eigentlich gar nicht dran vorbei. Müsste ich diese drei hier. Das reicht immer noch nicht. Hm. Ich möchte natürlich hier so möglichst viel Geld rauskriegen. Vor allem am Anfang. Ja, ich befürchte, mehr kriegen wir nicht raus. Was sehr, sehr, sehr schade ist. Und ich fahre auf zwei Scorcher zu. Aber gut. Einen anderen Weg sehe ich gerade nicht. Ich sehe ihn, Sir. Okay, der ist nicht tot. Das ist aber auch ziemlich egal. Mehr Feuerkraft. Ich hätte noch einen weiteren Quarler kaufen sollen, stattdessen. Na gut. Und ihr solltet darauf achten. Die Flieger bewegen sich in der Pausenzeit. Interessant. Ähm. Möglichst viele Drops bereit zu halten. We got visual open! Watch it! Keep this pace up, and you'll make it! Got one! We're halfway to death, sir! Enemy eliminated! We got them all! So, was krieche ich? Reperto, okay, immerhin! Okay, wir sind jetzt gleich da! Ja, hätte gerne noch ein bisschen mehr gehabt, aber... ...was soll's! Deine Jungs gehen schneller, als ein Hund, die... ...dass die Beermuths auf den Kissen... So, damit sind wir am Punkt. Great job! Keep this up, 14. Und die Queen will you over für Tee & Krumpies. Geh die Behemothen ab, bevor sie die Brücke wieder fangen. Feierabend! Nicht klar! Da hin. Smokescreen. Noch ein. Noch ein. Oh ja, ich sehe schon. Sollten wir jetzt aber kriegen. Die Gegend sind klar. Geh über die Brücke, jetzt! Okay, wir werden bestimmt abbiegen wollen. Ganz sicher. Ja. 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 Ich muss da nicht drauf eingehen. So, dann treffe ich den aber immer noch. So, dann komme ich am BMOS vorbei. Hier möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel direkt gleich kämpfen. Dann bin ich beim BMOS. Ja. Hier fahre ich im Kreis. Erstmal um durchzuatmen. in der Kurs. Ja. In der Kurs. In der Kurs. Ja. Ich sehe, was wir haben. In der Kurs. In der Kurs. In der Kurs. Ah, und kann mehrere auf einmal. Hält nicht viel aus, aber trotzdem sehr gemein. Oh, ja. Oh, das war knapp. Huh, wir sind drüber. Oh, ja. Oh, ja. Tötet einfach alles. So, okay. Ein bisschen Full Force. Oh, ein bisschen. Aber zumindest scheint es kein direkten, direktes Zeitlimit zu geben. Ich sehe jetzt auch keine Lebensanzeige. Ja, ja. Achte bitte nur auf mich. Warte. Noch etwas Zeit lassen. Noch etwas Zeit lassen. Jetzt. Dann braucht es nicht mal einen Smokescreen. Dann. Nice! Enemy machine down! Outstanding, sir! Sustaining heavy damage! Target neutralized! We're getting busted up here! We banged him pretty bad, sir! Watch him burn! He had it coming! Ah, Mist! Ah, Mist! We're halfway to the dead, sir! Ah, da muss ich noch mal drumherum. Don't! Da war zu viel Ablenkung. I see him shoot! Hilft ja nichts. Wir holen sie ab! Okay. Also so. Weiter geht's. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, was passiert, wenn der Commander down ist. Enemy eliminator! Jetzt stopp, sir! Selbstklar! Ich weiß nicht! Nun, der nächste Bereich. Hm-hm. Geht durch beide. Da kann er aber immer noch angreifen. Sollen sich bitte doch erst mal darauf konzentrieren und dann im zweiten Runde holen wir uns in Behemoth. Wir haben einen Vigil! Schaut! So, gegen einen. Wir haben ihn! Decoy. Der nicht in der Reichweite ist. Ist das eine fantastische Ablenkung. So, dreh dich mal zu mir. Wir haben einen! Ja. So. Jetzt wird nochmal viel mehr Schaden angerichtet. Uh. Wir haben ihn auf. So. Entschuldigung! Der ist sicher! Wir haben sie alle! So, der weitere Weg. Ja, so machen wir das. Etwas wild drumherum, aber... So läuft das gut. Okay, interessiert. Gar nicht, dass wir da sind. Noch besser. Spart uns mindestens ein. Die Gäu... Okay. Dadurch, dann da. Ja, es ist in Ordnung, weil danach will ich von hier kommen. Das klappt. Natürlich. Da will ich dann doch lieber eine... andere Richtung einschlagen. Ich bin der Maschine, da! Halt! Ach komm, ab dafür. Ich brauche 300, ich kann vor allem mehr Schaden gebrauchen. Wir haben ihn! Wir nehmen ihn runter! Voraussetzungen zu eliminieren! Hell yeah! Da ist er! Wir haben das Vigil auf... ...Handeln gespottet! Schuhe! Nice! Okay, wir leben noch. So. Das hier ist eigentlich gut aus. Und als letztes bleibt nur der Scorcher übrig. Für den wir genügend Ablenkung haben. Das hier ist ein Ablenkung. Herr, die Anomalyse ist weg! Bagdad ist klar! General, wir sollten die Möglichkeit, dass die Schiff und die Maschinen nicht der gleiche originellt werden. Es ist möglich, dass die Power-Field dort um die Maschinen zu verhindern. Zwei Alien-Species, mit einander. Es ist möglich, aber ich muss sicher, die zweite Anomalyse in Tokio collectieren. Glücklich für dich, das ist genau wo wir weitergehen. Neue Orte sind gerade in. Ich hoffe, du möchtest Sushi, Professor. Die nächste Mission, so nahe liegen eigentlich nicht Bagdad und Tokio nebeneinander, aber gut. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Bis zur nächsten Mission. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.